Guten Tag meine Damen und Herren, die nächsten 90, vielleicht sogar 120 Minuten gehören nun dem DFB-Vereinspokal, genauer gesagt dem Halbfinalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen, das wir Ihnen nun erfreulicherweise live anbieten können. Wir hoffen die Stimmung bei Ihnen, zu Hause ist ähnlich gut wie bei den meisten hier im Stadion und wir sind eigentlich sicher, dass Sie dafür Verständnis hatten, dass wir das Nachmittagsprogramm etwas umstellen müssten. Auf der anderen Seite hat aber heute auch niemand auf einen Beitrag verzichten müssen, denn das vorgesehene Hockeyspiel ist ja in allen dritten Programmen übertragen worden. Falls Sie dort bereits zugeschaut haben sollten, dann darf ich Ihnen noch sagen, dass das Wetter hier in Mönchengladbach ähnlich ist, wie es in Berlin war. Regen in den Vormittagsstunden, jetzt ist es trocken, die Temperaturen ganz angenehm, aber im Gegensatz zu Berlin gibt es hier natürlich keinen Kunstrasen, dennoch ist der Boden hier in einem recht guten Zustand, also fast ideale Voraussetzungen, entweder für ein technisch gutes Spiel oder aber vielleicht für einen typischen Pokalkampf. Und nun müssten eigentlich gleich dort drüben im Gang die beiden Mannschaften auftauchen und deshalb darf ich nun übergeben an unseren Reporter Heribert Fassbender. Die Bildführung hat heute Paul Zander. Guten Tag allerseits auch hier aus der Sprecherkabine. Dies ist die berüchtigte Seite der Borussenfans direkt hinter einem der beiden Tore. Das Bökelbergstadion heute mit 38.500 Besuchern bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch 1500 Schlachtenbummler aus Bremen, so erzählte mir eben Manager Willi Lembke, sind mit der Mannschaft herübergekommen. Und hier sehen Sie den SV Werder Bremen, der heute gleich drei Stammspieler ersetzen muss. Nämlich Rudi Völler, den Torjäger, Fußballer des Vorjahres nach seiner zweiten gelben Karte im Pokal. Bruno Petzai, der für Österreich morgen ein WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern in Nicosia auszutragen hat. Hier haben wir Otto Rehagel, der das Ganze aber dennoch gelassen nimmt. Und schließlich auch noch der Japaner Okodera nicht dabei, wegen einer Muskelverletzung. Und das zwang Otto Rehagel, hier die ersten Mönchengladbacher, vorne, rechts Hannes, dann Fronzek, Rahn und Bruns. Das zwang Otto Rehagel, heute noch einmal Klaus Fichtel-Libero spielen zu lassen. Hier also die Mönchengladbacher Borussia, überwiegend weiß gekleidet, während die Bremer vorwiegend grün gekleidet sind. Schiedsrichter Hontemheim aus Trier in der Mitte. Bei Borussia Mönchengladbach auch ein Spieler nicht dabei, nämlich der Abwehrspieler Kraus. Auch er ja Österreicher, auch er morgen für Österreich in Zypern. Hier haben sie die Aufstellung der Borussia. Ringels mit der Nummer 2 ist also neu in die Stammformation hineingekommen. Ansonsten die Erfolgsbesetzung der letzten Wochen, die ja in den letzten Bundesligaspielen so überaus viel Glück in den letzten Minuten hatte. Hier rechts Mannschaftskapitän Benno Mühlmann für Werder Bremen, links Wilfried Hannes für Borussia Mönchengladbach. Sie erkennen beim Gladbacher noch eine Bandage und erinnern sich vielleicht, dass er sich gegen Stuttgart den Arm gebrochen hat. Die Bremer Aufstellung. Wie gesagt, mit Klaus Fichtel als Libero ebenfalls neu hineingekommen ist Norbert Siegmann, der wahrscheinlich gegen den Borussen-Sturmführer Mill spielen wird. Neubart soll nun von Anfang an mit der Nummer 9 also eine Chance bekommen. Sonst wurde er ja meistens als sogenannter Joker eingesetzt, wenn entweder Rudi Völler vom Platz ging oder ein anderer Spieler. Werder Bremen hat Mittelanstoß. Das sind die Beine des längsten Spielers von Frank Neubart, der in diesem Moment das Spiel angestoßen hat. Johnny Otten, der Außenverteidiger und erste Aktion der Mönchengladbacher durch Ringels. Das ist Herr Lofsün. Und Foulspiel von Neubart. Freistoß für die Borussia. Bruns, Hannes, der Kapitän, Winfried Schäfer. Da haben wir nochmal den Senior im Team der Gladbacher mit 34 Jahren. Und Benno Möhlmann. Nur noch Bruns vorhin. Ja, mittlerweile ein halbes Dutzend. Da haben sie den Bremer Kapitän. Offensiven Mittelfeldspieler seiner Mannschaft. Lothar Matthäus. Wieder Neubart, Norbert Mayer und Sittka. Rein das. Er hat, der Schiedsrichter, eine Regelwidrigkeit von Mayer erkannt. Er ist ein bisschen genau am Anfang. Vielleicht ist er gut beraten in diesem wichtigen Halbfinalspiel um den DFB-Pokal. Das ist Fronzek. Jetzt Lienen. Fehlpass. Mayer. Rigoberto Gruber. Bruns vor Otten. Schäfer. Mill, sehr eng gedeckt von Siegmann. Da sind die beiden wieder im Zweikampf. Das ging Schiedsrichter-Hondheim zu schnell mit dem Freistoß. Freude, 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 Freude. Herr Lofsen, der Norweger. Nochmal beim Einwurf. Bisschen leichtsinnig, was die Bremer da im eigenen Strafraum vollführt haben. Die Bank der Gladbacher ganz rechts. Jupp Heynck ist daneben. Der Konditionstrainer Karl-Heinz Trigalski, ein früherer Zehnkämpfer, der für die Kondition der Borussia schon ein Dutzend Jahre verantwortlich ist. Matthäus. Da haben wir Fronzek, dessen Vater übrigens 1960 beim ersten Pokalsieg der Borussia in dieser Mannschaft stand. Damals auch im Mittelfeld. Fronzek ist gelernter Mittelfeldspieler, aber jetzt Verteidiger. Man nannte das nur damals noch Außenläufer. Eine Tradition also, die sich fortsetzt. Einiger Mogens. , Peter! , Peter! , Peter! cutter! , Peter! Kingweiss! Matthäus Ringels und Klaus Fichtel, der dienstälteste Profi im bundesdeutschen Fußball mit 39 Jahren. Gruber, misslungener Pass von Sitka. Matthäus. Konter über Neubert. Zitka. Wieder Frunze. Schöne Flanke auf Müll. Und herrlich gehalten von Dieter Bodenski. Die erste wirklich große Kombination. Müllmann hat viel Raum im Mittelfeld. Norbert Mayer kommt zu spät. Schäfer. Uwe Rahn. Herr Lofsen. Tja, Aufregung auf der Bremer Bank. Ganz rechts Otto Rehagel. Matthäus. Und Uwe Reinders. Meier gegen Bruns. Endstation Sude. Müllmann. Müll gegen Siegmann. Und erster Eckball. In diesem Spiel überhaupt. Lothar Matthäus wird treten. Lothar Matthäus wird treten. Lothar Matthäus wird treten. Hier. Und Eckball von der anderen Seite. Winfried Schäfer. Ringels. Gegenzug läuft über Otten. Und was Sie nicht sehen können, Rigoberto Gruber, hier haben wir es im Bild, ist voll getroffen worden. Und die Bremer Betreuer kommen auf den Platz. Da ist Klaus Fichtel bei ihm. Der Schuss von Ringels hat ihn offensichtlich voll in den Unterleib getroffen. Hier haben wir noch mal die Wiederholung der Szene, die dann zu dem Konter über Otten führte. Ja, Rigober steht wieder. Und er kann hoffentlich weitermachen. Faire Gäste hier, nachdem die Gladbacher den Ball ins Aus gekickt hatten, warf Norbert Mayer den Einwurf wieder zu den Gladbachern hin. Auch das ist also heute in einem so wichtigen Spiel möglich. Ich habe das vor kurzem mit der Bundesliga mal anders gesehen. So, wieder Mayer und Benno Mühlmann. Nein, das ist Reinders, verzeihen Sie. Hier haben wir Mühlmann, den Kapitän. Klaus Fichtel, 506 Bundesliga-Einsätze. In dieser Saison ganze zweimal, aber dafür heute in diesem wichtigen Halbfinal-Pokalspiel wieder mit dabei von Anfang an. Da wird Gruber noch mal behandelt. Und Uwe Rahn. Ewa Lienen. Ruhns. Und Fronzek. Tja, da kann Jupp Heynckes nicht zufrieden sein. Obwohl seine Mannschaft in den ersten 14 Minuten wesentlich mehr vom Spiel hatte und beim Kopfball von Mill auch die einzige echte Torchance. Mehr aber ist noch nicht dabei rausgekommen. 0 zu 0 vor 38.500 Zuschauern am Mönchengladbacher Böckelberg. Das macht eine Bruttoeinnahme von knapp einer halben Million. Bitte dringend zum Südtor ein Rack. Übrigens wird Rigobert Gruber immer noch am Spielfeldrand behandelt. Die Bremer im Moment also nur mit zehn Mann und ich sehe gerade, dass sich wahrscheinlich Karl-Heinz Kamp bereit macht ins Spiel zu kommen. Rahn. Rahn. Ja, ich würde mal sagen leicht touchiert vom Langen Neubart. Freistoß sagt der Schiedsrichter. Und Gruber ist wieder auf dem Platz. Sie werden ihn sicher gleich in der Abwehrmauer erkennen. Bruns. Das ist ja eine Entfernung für den Libro der Mönchengladbacher. Und das ist der Mann, den Sie so oft hören über unser Geräuschmikrofon. Hier die Wiederholung des Freistoßzuspiels von Matthäus und der Schuss von Bruns einen Meter zu hoch. Weil es so schön war. Nochmal. Ja, Kamp macht sich dennoch bereit, während die Bremer jetzt einen Angriff zu starten versucht haben. Ich befürchte, dass Gruber, der im Mittelfeld rumhumpelt, nicht mehr lange dabei sein kann. Tapfer hält er durch, bis es vielleicht eine Einwechselmöglichkeit für Kamp gibt. Sie haben gerade gesehen, das schmerzverzerrte Gesicht des Vorstoppers von Werder Bremen. hier die Gladbacher wieder mit Fronzek. Winfried Schäfer. Winfried Schäfer. Neubart geht weit mit zurück. Hannes. Und da hat der tapfere Gruber sogar noch einmal gerettet. jetzt bahnt sich der Wechsel an. Das ist wirklich ein Pech für die Bremer, das muss man sagen. Nun der vierte Stammspieler raus, Rigober Gruber, eben sicher unbeabsichtigt von Ringels Schuss getroffen. Und dafür nun Karl-Heinz Kamp, der ja hier in Doppelfunktion tätig ist, auch als Assistenztrainer von Otto Rehagel, auch längst nicht mehr Stammspieler. Und er muss jetzt sofort aufpassen beim Eckball von Bruns. Da wollten die Zuschauer einen weiteren Eckball gesehen haben, aber Schiedsrichter Horn-Time sagt Abstoß. Neubart. 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 Das ist Schaaf, der Außenverteidiger. Und Sitka, Meier. Abseitsposition, signalisiert vom Linienrichter und gepfiffen von Herrn Hontheim, Freistoß für Mönchengladbach. Bruns, schöner Doppelpass, und Bruns. Oh, Möhlmann mit einer riskanten Rückgabe, da hat nicht viel gefehlt. Und Ringels wäre dran gewesen. Gladbacher gewinnen jetzt mehr Zweikämpfe im Mittelfeld, aber den hat Mill verloren. Da haben wir Kamp, schöner Ausrüstpass. Ordnung. Doppelpass. 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 Doppelpack. Doppelpass. Gegenspieler hat, Fonsek und Norbert Mayer, Klaus Wichtel Schöne Aktionen jetzt von Herloffsen Aber Lienen findet im Moment noch keine Bindung zum Spiel Hier haben wir Ewald Lienen Benno Müllmann für Bremen Lothar Matthäus Und Kein Abseits, Mill Eckball Hier sehen Sie die Szene nochmal Ja, da hinten konnten Sie sehen, dass noch ein Bremer Abwehrspieler Neben dem Torwart Hinter Mill stand und deswegen war die Entscheidung Von Schiedsrichter Hontham völlig korrekt Eckball von rechts Getreten von Lothar Matthäus Nochmal Matthäus Lienen Oh, der hätte möglicherweise genau gepasst Aber Dieter Borgetwenski hat auch gepasst Hier kommt der Schuss aus Spitzenwinkel Eckball Nummer 4 Für Borussia Mönchengladbach Schäfer Dritte Mill Immer wieder eng gedeckt von Siegmann Fünfter Eckstoß Fünfter Eckstoß für die Borussia Es steht aber nach 25 Minuten weiterhin 0 zu 0 Im DFB Halbfinale zwischen Mönchengladbach und Bremen Matthäus Und Bruns Hat den Mund zu Direktschuss Rahn Ein torgefährlicher junger Mittelfeldspieler der Mönchengladbacher Torgefährlich in der Bundesliga In diesem Pokalspiel bisher noch nicht Hier die Wiederholung Und kein Problem Für Bodenski Aber er muss weiter aufpassen Der Schlussmann, der Bremer Auch Lienen ist jetzt munterer geworden Baut aber erneut einen Fehlpass Otten Meier Sauber gespielt von Herloffsen Aber riskante Querpässe In der eigenen Hälfte Mill Wo ist Siegmann? Das ist Schaf, der jetzt bei ihm ist Auch lieber Röf Fichtel rausgekommen Uwe Reinders gegen Wilfried Hannes Sittka Nochmal Reinders Torhüter Uli Sude Torhüter Uli Sude Klaus Fichtel sogar beim Ausflug über die Mittellinie Zum ersten Mal Und Reinders Das ist Norbert Meier Torhüter Uli Sude Torhüter Uli Sude Torhüter Uli Sude Torhüter Uli Sude Torhüter K começa Das ist Mill, Ringels und Klaus Fichtel, der den sechsten Eckball für Mönchengladbach verursacht. Aber nach einer knappen halben Stunde steht es immer noch 0 zu 0 am Bökelberg. Die Gladbacher zwar mit wesentlich mehr Spielanteilen, aber nur mit einer zwingenden Chance. Bruns tritt den Eckball mit dem linken Fuß. Man kann also darauf spekulieren, dass er ziemlich nah ans Tor kommen könnte. Noch nicht mal. Aber Schäfers Chance. Nee, das war Herloffsen, der sich hier aber fast selbst ausgetrickst hat, anstatt sofort zu schießen. Zum ersten Mal hört man auch Werder Werder Schlachtrufe. Ich sagte Ihnen, 1500 Schlachtenbummler etwa sind von der Weser an den linken Niederrhein mit ihrer Mannschaft rübergekommen. Und man muss wohl jetzt damit rechnen, dass Werder hier gezwungenermaßen jetzt bei dem Ausfall von vier Stammspielern natürlich sich auf die Defensive verlegt, was aber immer wieder Konterchancen über Neubert und Rhein das eröffnet. Wir haben so andeutungsweise zwei-, dreimal was gesehen, aber kein einziges Mal geriet das Tor von Sude in Gefahr. Der Ball ist weg. Hier haben Sie ganz links den verletzten Okudera, der Japaner, der einen Muskelfaserriss hat und dessen Einsatz unmöglich war. Und ganz rechts außen, er fasste sich gerade an die Nase. Rudi Völler gesperrt nach der zweiten gelben Karte im Pokal. Das ist ja das Kuriose. Beim Pokal ist bereits das zweite Gelb einmal aus im Spiel während des Jahres in der Bundesliga erst nach vier gelben Karten der Fall ist. Herlofsson, der da ganz offensichtlich Schmerzen nach dem Zusammenprall hat. Hier erkennen wir vielleicht nochmal, wie es kam. Zusammenprall. Möglicherweise sogar mit dem eigenen Mann. Der Norweger Nationalspieler seines Landes. Ein defensiver Mittelfeldmann. Konsequent in der Bekämpfung des Gegenspielers. In diesem Fall hieß der meistens Norbert Mayer. Ja, hier sieht man die Szene nochmal. Aber inzwischen ist Herlofsson wieder mit dabei. Mill gegen Siegmann. Also vielleicht achten Sie mal drauf, liebe Zuschauer. Der gute Mill ist meistens einzige Spitze. Und dann kommt er ist ein breit angelegtes Mittelfeld, zu dem ich in diesem Fall oft auch Evalinen zähle. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist, gegen diese Bremer Abwehr. Ja, hier gibt es zwei Pfiffe. Ich bin der Meinung, Schiedsrichter Hontheim hat recht. Ringels ist mit beiden Beinen hier reingestiegen. Und das sollte man abpfeifen. Freistoß also. Achten Sie nochmal drauf. Naja, jetzt bin ich nicht mehr ganz so sicher. Aber Freistoß, gesagt ist gesagt. Und das Spiel läuft wieder. Zitka. Gefährlich. Der abgefälschte Ball hätte Sude fast auf dem falschen Fuß erwischt. Hier hat Otten das Leder. Und nun Zitka. Sehen Sie, da geht Bruns ran. Und das wäre natürlich was gewesen. So schnell kann es passieren. Gegenzug über Matthäus. Wieder Zitka. Hannes. Schäfer. Lienen. Schaf ist bei. Freistoß für Mönchengladbach. Uwe Rahn liegt da am Boden. Das ist eine Entfernung. Hier sehen Sie die Wiederholung dieser Szene nochmal. Rahn umgestoßen. Freistoß, Entfernung. Etwa 25 Meter. Das ist die Entfernung für die Scharfschützen Bruns und Matthäus, die auch beide am Ball stehen. Und beide gestikulieren sie im Moment. Daneben auch Wilfried Hannes. Auch er hat ja mit Verlaub einen Mordschuss. Matthäus ist es. Mühlmann hat abgewählt. Da ist er wieder. Der Kapitän der Bremer. Ja, hier im Bild jetzt Matthäus. Meier. Ja, Otten. Das hat der Bruns zwar gut gemacht, aber man sieht, dass dieses Spiel der Mönchengladbacher den Bremern, auch dieser Bremer Verlegenheitself, durchaus Konterchancen einräumt. Noch 0 zu 0 nach 36 Minuten am ausverkauften Bökelberg. Was sie nicht sehen können, auch Bruns hockt da noch auf dem Boden. Vielleicht hat er sich bei diesem Rückpass etwas getan. Ja, er signalisiert, er sei verletzt. Offensichtlich eine Oberschenkelzerrung. Oder eine Leistenzerrung. Der Mannschaftsarzt Dr. Gerhards ist bei ihm, der zugleich hier der dritte Vorsitzende der Borussia ist. Spiel läuft weiter mit Otten. Otten, der bisher aus seiner freien Rolle in der Abwehr eine ganze Menge gemacht hat. Schäfer nun. Ewald Lienicke. Es wird viel zu wenig geschossen, wenn die Borussia im Angriff ist. Das ist Mill. Und immer Siegmann bei ihm. Sie sahen ihn ganz kurz. Müllmann. Ich höre gerade von unseren Kollegen am Spielfeldrand. Der Bruns hat also Beschwerden in der Leiste durch diesen Ausrutscher beim Rückpass. Aber er spielt weiter. Er spielt die Vorstellungen. Mill gegen Siegmann. Matthäus! Oh, das war ein böser Abwehrschnitzer, der Bremer. Matthäus, hier haben wir die Szene nochmal, nicht im Abseits. Klaus Fichtel trat da vorbei und Lothar Matthäus in seiner letzten Saison schießt ein ganz wichtiges Tor für die Borussia. Was mag jetzt in Jupp Heynckes vorgehen? Hier sehen Sie nochmal den Pass von Wilfried Hannes und wie Klaus Fichtel den Ball nicht trifft. Und dann hat natürlich Lothar Matthäus leichtes Spiel gegen Dieter Bodensky. Ja und sofort ist die Stimmung, die schon so ein bisschen weg war, wieder da. Klar bei dem Resultat am Bökelberg. Klaus Fichtel Klaus Fichtel Nach dieser Flanke von Rheinders. Wo war die Borussenabwehr? Hier sehen Sie es nochmal. Klaus Fichtel Unhaltbar für Sude. Und der Nationalspieler der Bremer, der nach der WM erst zu seinen Berufung kam, nimmt hier die Gratulation von Klaus Fichtel entgegen. Hier sehen Sie es nochmal. Völlig allein ist der Bremer Mittelfeldspieler und nutzt die Chance zum Ausgleich. Völlig allein ist der Bremer Mittelfeldspieler, der nach der WM erst zu seinen Berufung kam, innerhalb von zwei Minuten, zwei Tore in der 40. und 42. Minute durch Matthäus und durch Meier, MM, die beiden Nationalspieler im Mittelfeld. Und das war bisher die Ausbeute dieses DFB-Halbfinal-Pokalspiels. Noch kein großes Spiel. Aber noch eine Freistoßchance für Borussia Mönchengladbach. Otto Rehagel. Bruns. Auch hier sah die Abwehr, diesmal der Bremer nicht gut aus. Da sehen Sie nochmal den Freistoß von Bruns. Hannes. Da sind eigentlich zwei Bremer in der Nähe des Balles, aber Ringels nutzt die Chance. Was der sich freut, der ja viel Verletzungspecht hatte, der Norbert Ringels und seine Stammposition verloren hatte, jetzt erst wieder reinkam, weil Kraus für Österreich in Zypern spielt. Noch einmal diese Möglichkeit, die von Ringels konsequent genutzt wurde. Ja, die Mönchengladbacher scheinen nach dem Motto zu verfahren, am Ende sei stark. In den letzten Bundesligaspielen, jeweils am Spielende, manchmal auch in der 93. Minute. Hier jetzt am Ende der ersten Spielhälfte. Sagen wir es ehrlich, es war noch kein großes Spiel, aber diese letzten fünf Minuten, die haben natürlich mit den Toren auch die Wurze in diese Pokalpartie gebracht. Und sagen wir auch nochmal, dass die Bremer jetzt mit vier fehlenden Stammspielern sich bisher achtbar aus der Affäre ziehen. Schimpfen Sie nicht zu sehr, liebe Bremer-Fans, auf Klaus Fichtel, dem doch eine Menge Matchboxes fehlt. Und sonst wäre ihm vielleicht der Schnitzer, der zum 1 zu 0 durch Matthäus führte, gar nicht unterlaufen. Noch ein Eckstoß. 45 Minuten sind vorbei. Es gab ein paar kleine verletzungsbedingte Unterbrechungen. Der Torschütze Ringels tritt ihn. Freistoß nach der Attacke gegen Uwe Rahn. Im Prinzip möchte ich aber feststellen, eine faire Partie hier vor 38.500 Zuschauern, ja, das war wohl mehr Unbeholfenheit in dem Fall. Benno Möhlmann hat Rahn getroffen und es gibt nochmal Freistoß. Klare Sache. Lienen. Ja, wenn er rechts so schießen könnte wie links gelegentlich. Das ist der Halbzeitpfiff. Wir haben eine Minute und 15 Sekunden über die Zeit gespielt. 2 zu 1 Führung für Borussia Mönchengladbach durch die Treffer von Matthäus in der 40. und Ringels in der 44. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleichsstand erzielte Norbert Mayer in der 42. Minute. Und mal sehen, die Borussia in weiß und die Bremer links in der dunklen, in der grünen Spielkleidung. Ich sollte nochmal sagen, in den ersten 45 Minuten eine faire Partie. Mönchengladbach mit wesentlich mehr Spielanteilen, ohne aber zwingend zu sein. Und es sah ja 40 Minuten fast so aus, als könnte diese stark ersatzgeschwächte Bremer Mannschaft ein 0 zu 0 in die Pause retten. Lassen Sie mich noch ganz schnell einen Abschweifer in die Historie machen. Zwischen beiden Mannschaften gab es 1971 eine ganz packende Partie mit einem ganz phänomenalen Happening. Zum Schluss zwei Minuten vor dem Spielende ein Torpfostenbruch. Das war der Pfosten, an der Stelle stand er damals aus Holz, umgerissen von Herbert Laumen, dem damaligen Torjäger. Inzwischen gibt es Aluminiumsteuer. So viel aus der Saison 70-71. Nun zurück zum DFB-Pokal-Halbfinale. Ja, hier die üblichen Bilder. Raketen und so weiter. Hoffentlich bleiben das Einzelfälle. Bisher ist dieses Spiel ohne Zwischenfälle auf den Rängen, soweit wir das sehen können, abgelaufen. Borussia Mönchengladbach, 2 zu 1 in Führung. Borussia Mönchengladbach hat Anstoß, am Ball stand Mill und das ist Schiedsrichter Hontheim, der mit der Partie eigentlich keine Probleme hat. Die zweiten 45 Minuten laufen. Und soweit wir das sehen, beide Mannschaften unverändert. Die Bremer, das muss man gleich hinzufügen, haben ja auch nicht mehr allzu viele Alternativen. Sie haben zwei junge Amateure, vor allen Dingen noch neben Böhnke, dem Stürmer auf der Bank. Brudenski, sicherlich an beiden Gladbacher Toren, völlig schuldlos. Und hier Klaus Ficht. Und hier Klaus Ficht. Kampf. Kampf. Dieter Burdenski. Und Frontsäck. Und Frontsäck. Klaus Ficht. Im November wird er 40. Wetter Sittka. Beinschuss, der nichts brachte. Siegmann voll zur Sache gegen Mill. Ermahnung, aber keine Verwarnung. Wenn Sie genau hingesehen haben, er hat den Ball gespielt, aber das war schon eine riskante Angelegenheit. Er hat den Ball gespielt, aber das war schon sehr, 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 sehr. Schön gemacht von Meier. Sittka mit vielen Ballkontakten. Perloffs. Perloffs. Schäfer. Auch eher reaktiviert. Der war ja schon Amateur-Trainer. Und dann merkte man, dass man einen erfahrenen Spieler in dieser Borussen-Mannschaft brauchte. Und er ist durchaus ein Gewinn für diese Mannschaft. Mill. Nicht ganz astrein, was der Siegmann da gemacht hat. Uwe Rahn. Ringels. Schäfer. Hannes. Wird viel zu spät geschossen. Jetzt Linie. Herloffsen. Ein noch abgefälschter Schuss. Hier sehen Sie den Schuss nochmal. Ja, von Sittka abgefälscht, aber kein Problem für Dieter Bodenski. Hier ist der Schütze aus Norwegen. Herloffsen. Jetzt ist es gefährlich. Zwei gegen zwei. Aber Lienen kommt dann scharf nicht vorbei. Der übrigens aus der eigenen Jugend. Ja, das kommt. Schiff steht. Er ist glatt. Er ist glatt. Er ist glatt. Er ist glatt. Immer wieder Mill. Zwischauer glaubt, eine Hand von Müllmann gesehen zu haben. Der Schiedsrichter nicht. Matthäus. Der Ringels hat auch viel Raum. Hat Fichtel gut aufgepasst. Hannes entschuldigt sich bei Neubart, den er hier regelwidrig ganz klarer Fall von den Beinen geholt hat. Das ist der längste Mann auf dem Platz. 1,90. Und den Freistoß tritt Meier. Und Neubart! Das war eine tolle Aktion und da hat wirklich nicht viel gefehlt. Hier sehen Sie es nochmal. Da hätte sich der Hannes beinahe mit seinem Foul ganz schön was eingebräumt. Denn diesen Kopfball konnte er nicht verhindern. Die Bremer sind hier noch längst nicht geschlagen. Fronzek hat mir sehr gut gefallen im ersten Durchgang. Viel für die Offensive getan. Lienen. Und Meier. Kamp. Auch so um die 36 Jahre alt. Also das ist schon fast ein Seniorentreffen hier. Fichtel 39, Kamp 36, Schäfer 34. Kamp 36, Schäfer 34, Schäfer 34, Schäfer 34, Schäfer 34. Dieter Bodensky, auch sein Vater, wenn ich eben von Fronzek sprach, ja ein bekannter Fußballer, Nationalspieler für Werder Bremen und für den FC Schalke 04. Herbert Bodensky erschoss das erste Nachkriegsländerspieltor 1950 auf Busenbetach gegen die Schweiz. Da ist wieder Fronzek. Toll sie, wie sich der Junge hier gemacht hat am Bökelberg. Lienen. Gut geschossen und gut aufgepasst von Dieter Bodensky. Johnny Otten gegen Matthäus. Ein Wurf für Werder. Ich habe den Eindruck, dass diese drei Tore kurz vor Ende der ersten Spielhälfte der Begegnung gut getan haben. Es ist jetzt lebendiger. Fronzek gegen Schaaf. Schön gemacht. Bis auf den Abschluss. Fronzek, Borussia ist eigentlicher linksaußen, so möchte ich fast sagen heute. Dabei hat er als Hauptaufgabe die Bewahrung von Reinders. Ein Wurf für Werder. Mann, Buchstier. Mein Wurf für Werder. Peter. Erlofsson bei Norbert Meier. Der Norweger ist ein sehr harter Abwehrspieler. Freistoßentscheidung völlig in Ordnung. Das ist Uli Sude. So, jetzt kommt der wohl beste Einwerfer der Bundesliga, Uwe Reinders. Er kann noch weiter. Regelwidrigkeit von Schaaf, Freistoß für Mönchengladbach. Hier haben wir Schaaf, den Außenverteidiger. Wir sind mit einem Schaaf, den Außenverteidiger. Es wäre noch ein bisschen früh aufhalten des Ergebnisses zu spielen. Es sind jetzt 58 Minuten vorbei. 2 zu 1 führt Borussia Mönchengladbach und Werder greift an. Maier in Abseitsposition, richtig signalisiert und richtig entschieden von Schiedsrichter Hontheim. Ja, das kann man eben aus dieser Zeitlupenwiederholung nicht erkennen, dass Norbert Maier eindeutig im Abseits stand. Schöpfe, 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 Schöpfe! Mill. Fichte, Schaf. Sittka. Johnny Otten gegen Rahn. Und der erste Eckball für Werder Bremen gegenüber sieben Eckstößen der Borussia. Das sagt ein bisschen was über die Spielanteile in der bisher gesehenen Stunde Pokalhalbfinale. Nach Toren steht es knapper, steht es 2 zu 1 für Borussia Mönchengladbach. Benno Möhlmann. Ja, die Bremer jetzt gefährlicher. Sie müssen ja aufmachen und ich nehme an, Sie werden gleich auch noch einen Stürmer bringen, um hier zum Ausgleich zu kommen. Und das ist ein Stürmer. Applaus Applaus Zu schön, dieser Pass von Matthäus, für Rahn nicht mehr zu erreichen. Applaus So, jetzt hat Evald Lienen mal Raum, nur noch gegen Klaus Fichtel. Applaus Da fehlt der richtige Abschluss. Applaus Ja, das waren so gut drei, vier Meter bis zum Torpfosten. Evald Lienen Fronze Nienen Matthäus Mill Und Schäfer Es gibt jetzt mehr Torszenen, Torschusszenen als während der ersten 45 Minuten. Nochmal, Mill gegen Siegmann. Und dann kommt Kamp zu Hilfe. Schön, wie Schäfer das macht. Achtung, Achtung Na, was Sie nicht sehen können, drüben vor dem Tor, jetzt haben wir es im Bild, von Uli Sude gibt es eine dieser unerfreulichen Rauchbomben. Auf der anderen Seite, hinter dem Tor von Bodensky gab es auch schon einige dieser Zwischenfälle. Applaus Otto Rehagel, nachdenklich, ebenso wie Rudi Völler, der nicht spielen darf, weil er für dieses Spiel gesperrt ist. Oh, das scheint offensichtlich doch unangenehm zu sein. Ich sehe da zwei Spieler, die jetzt nicht im Bild sind, von jeder Mannschaft einer, die offensichtlich von diesem Rauch ganz schön irritiert worden sind. Und zwar Sitka und Rahn. Da sehen Sie sie. Ich will nicht hoffen, dass das irgendein Gas ist, das hier runtergekommen ist. Auch Uli Sude schlagen die Hände vors Gesicht nach dem Wurf dieser Rauchbombe. Und meine Damen und Herren, um das gleich zu sagen, bitte, bitte vermuten Sie überhaupt nicht, dass es hier, dass hier irgendjemand simuliert. Spieler von beiden Mannschaften sind offensichtlich von den Auswirkungen dieser Gasbombe in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier droht der Abbruch. Das ist ein Skandal. Schiedsrichter Hontheim beruhigt zunächst einmal die Gemüter. Vielleicht kann die Kamera auch mal auf die Stehplatztribüne schwenken. Jetzt kommt die Polizei und sucht nach dem Täter. Jetzt kommt die Polizei. Vielleicht kann die Kamera mal raufschwenken oben auf die Zuschauerringe. Schauen Sie sich die Spiele an. Dieter, gibt es was Neues? Herr Schumann, was ist hier los? Da ist anscheinend eine Tränengasbombe geworfen worden. Ja, vorne am Tor ist eine Tränengasbombe geworfen. Die Schwaden kamen dann hier rüber und Sie sehen es ja, ne? Ja, mich betrifft es selber auch. Hoffen wir, dass das Spiel durchgeführt werden kann. Wann droht ein Abbruch? Das muss der Schiedsrichter entscheiden. Danke Ihnen. Das war eine präzise Information von Linienrichter Schumacher durch meinen Kollegen Dieter Adler. Vielen Dank, meine Herren. Jetzt muss abgewartet werden, kann hier weiter gespielt werden. Wie... Hier haben wir die Polizei in dem in Rede stehenden Viertel. Aber das nützt jetzt unten natürlich auch nichts mehr. Auch Fans betroffen von diesem Gas. Also ich möchte hier überhaupt keine Schuldzuweisung versuchen. Das war eben die Bremer Ecke. Das möchte ich feststellen, ohne aber jetzt zu sagen, wer hier diesen Gegenstand aufs Spielfeld geworfen hat. Diese Gasbombe, um die es sich offensichtlich handelte. Auch eine schwierige Entscheidung jetzt für Schiedsrichter Hondheim, der mit den Akteuren, hier haben wir gerade Rigobard Gruber, kurz eingeblendet gehabt. Man sieht dort unten Lothar Matthäus, der mit den Fans diskutiert. Ich meine, wenn das Schule macht, liebe Fußballfreunde, dann gute Nacht, öffentliche Großveranstaltung Bundesliga. Die Polizei jetzt massiver im Einsatz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist etwas nur im Stadion. Man glaubt da... Ich möchte... Offensichtlich einen abführen zu sollen. ...und schlichtweg sagen, das, was in diesen Minuten geschehen ist, darf nicht mehr passieren, egal aus welcher Ecke, egal in welchem Stadion, egal von welcher Kommune. Recht hat er der Stadionsprecher in Mönchengladbach, Rolf Göttel. Der übrigens hier selbst Kreis Schiedsrichter Obmann ist. Ich will jetzt hier auch gar nicht spekulieren, ist das ein Protestgrund, wenn es weiter ginge? Und es sieht im Moment so aus, als könnte wieder gespielt werden, weil die Spieler signalisieren und auch die Bremer Spieler, es geht wohl weiter. Lassen Sie mich nochmal schnell auf die Reminiscenz in der Halbzeit zurückkommen. Damals bei diesem Turpfostenbruch in der Bundesliga zwischen beiden Mannschaften wurde das Spiel nicht fortgesetzt und den Mönchengladbachern beide Punkte aberkannt. Hier also scheint sich, und das muss man jetzt auch mal den Bremern, wir hatten da gerade auch den Manager Willi Lembke im Bild, hoch anrechnen. Sie simulieren nicht, auch das hat es ja hier gegeben, der Ball ist freigegeben. Sie simulieren nicht wie Weiland 1971, Boninsegna nach einem Büchsenwurf, der dann zur Annullierung des Spiels im Europapokal nach dem 7 zu 1 von Inter Mailand führte. Warum jetzt gepfiffen wird, verstehe ich überhaupt nicht. Die Zuschauer sollten eigentlich dankbar sein, dass die Spieler hier weiterspielen, denn sie waren wohl noch nie so gefährdet wie heute Nachmittag. Die Zuschauer wurden heute Nachmittag. Die Zuschauer haben wohl noch nie so gefährdet wie heute Nachmittag. Die Zuschauer werden dann Fall hier nur noch nie auf dem Platz war. Die Zuschauer werden dann auf dem Platz nicht wieder unter uns auf dem Platz. Sie sind nur noch nie auf dem Platz nicht beruf. Wie ist es ein Stück für die Musik gewesen? Die Zuschauer werden dann auch nicht wieder nachdem. Die Zuschauer werden dann aus dem Platz nicht auf dem Weg, wird das Spiel sein. Vielen Dank. Vielen Dank. So, liebe Zuschauer, nach diesem unerfreulichen Zwischenfall hoffentlich zurück zum Sport. Normalerweise noch 18 Minuten bis zum Spielende. Spielstand wie zur Pause. 2 zu 1 für Mönchengladbach, aber Meier für Bremen jetzt. Und Reinders gegen Evald Lienen. Es wird sicherlich nachgespielt werden. Ich schätze, dass die Unterbrechung so 4, 5 Minuten gedauert hat. Und ich möchte nochmal sagen, dass die Spieler beider Mannschaften auf diesen für sie unangenehmen, vielleicht sogar schmerzlichen Zwischenfalls sehr besonnen reagiert haben. Und ich möchte nochmal sagen, dass die Spieler beideren, vielleicht sogar schmerzlichen Zwischenfall. Und unglaublich, wie frei da Frank Neubert zum Kopfball kommt. Sie erinnern sich, er hatte schon eine gute Kopfballmöglichkeit. Unsicherheiten in den Abwehrreihen hüben wie drüben. Schlitzel in den Abwehrreihen. Und ich möchte mal überle流en, wenn sie wiederernach Hüben. Aber in der Abwehrlehn Mathias wird immer wiederher, dass wir in der Abwehrlehnisse 2011 auf der Bremde umgehebte. Und wir sind in der Abwehrlehnisse, bei denen wir in der Abwehrlehnisse aus dem Abwehrlehnisse employer und der Bremde umleider. Und wir versuchen einen Angelegenheit in den Abwehrlehnisse begren, das ist eine gute Zeit. Und wir sind bei den Abwehrlehnisse, bei unsicherheiten, bei unsicherheit in Angelegenheit in Abwehrlehnisse. Das war's. Das war's. Die Vorentscheidung am Mönchengladbacher Bökelberg. Das war's. Zum 3 zu 1 in der 76. Minute. Aber ich sag's nochmal, es wird sicherlich wieder nachgespielt. Vier, fünf Minuten wegen der Unterbrechung eben. Sittka. Und Anschlusstreffer. Benno Müllmann, der Kapitän, hält das Spiel noch einmal offen nach dieser Flanke von Sittka. Zwei Mittelfeldspieler also, die das jetzt hier für Werder besorgen. Und ich muss sagen, der SV Werder hält dieses Spiel offen, hält es spannend. Und nun eine Auswechslung. Karl-Heinz Kamp, der Spielertrainer. Wir sehen es jetzt und ich mittlerweile auch, wie Sittka flankt und wie Benno Müllmann diesen Ball per Kopf im Tor unterbringt. Und hier haben wir den Kapitän, der Bremer, der vor etwa sieben Jahren von Preußen Münster an die Weser kam. Also, das scheint ja doch noch ein richtiger, ein spannender Pokalfight zu werden, am ausverkauften Mönchengladbacher Bökelberg. 3 zu 2. Matthäus. Und Siegmann rettet da. Ha, jetzt ist Musik im Spiel. Ach, der Eckball für Mönchengladbach. Hier sehen Sie noch einmal die tolle Einzelaktion von Lothar Matthäus. Der jetzt auch gleich den Eckball treten wird. Hier ist er. Hier ist er. Nochmal Matthäus, kann gleich stehen bleiben. Nochmal Matthäus, kann gleich stehen bleiben. Hier sehen Sie misst, als freiwillte Dieder zu. Hier sehen Sie noch mehr. Hier sehen Sie mal Hier zum ersten Mal am Ball und gleich gefoult Frank Ordennewitz, der eben für Karl-Heinz Kamp kam. Und die erste gelbe Karte in diesem Spiel, das eigentlich relativ anständig verlief für Norbert Ringels. Hier sehen Sie die Aktion, klar in die Beine gegangen. Ball war weit weg. Ordennewitz ist übrigens ein Amateur. Und Tor, Sitka, wer ist das denn zu fassen? Spielt die Abwehr der Mönchengladbacher, da stand Fußball. Norbert Meiers Freistoß, hier sehen Sie ihn. Da kann ich nur sagen, Haus der offenen Tür heute am Mönchengladbacher Bökelberg. Da waren mehrere Treffer von den unsicheren oder sagen wir nicht genau deckenden Abwehrreihen vermeidbar. Kompliment an die Bremer, die hier doch schon vor wenigen Minuten noch geschlagen schienen. In der 76. Minute stand es noch 3 zu 1 und jetzt steht es 3 zu 3. Bei Mönchengladbach kommen zwei neue Leute, Kriens und Borowka, für Lienen und Schäfer. Und damit ist Hüben wie drüben das Auswechselkontingent erschöpft. Tor! 4 zu 3 durch Uwe Reinders. Und schauen Sie sich diese Freude bei Bremen an. Neubert. Was für ein Spiel. Innerhalb von fünf Minuten vier Treffer. Ich wiederhole nochmal. In der 76. Minute stand es 3 zu 1 für Mönchengladbach. Durch Uwe Reinders. Hier haben wir den Torschützen Uwe Reinders. Macht das 4 zu 3 am Bökelberg. Dann 3 zu 2 in der 78. Minute durch Möhlmann. 3 zu 3 durch Sittka. Und dann das 3 zu 4 durch Reinders. Und zu spielen noch acht Minuten. Zuzuglich der Nachspielzeit von vier bis fünf Minuten. Das ist Kriens. Mill. Ja, entsetzen geradezu auf der Mönchengladbacher Bank. Kann man so ein Spiel noch verlieren. Borovka. Mill. Der sehr fleißig war. Der immer anspielbereit war. Aber der zumindest im ersten Durchgang sehr lange auf sich allein gestellt war. Ja, da unterhalten sich Kamp und Völler. Rehagel steht auf. Also mir fällt im Moment nur die Binsenweisheit ein, meine Damen und Herren. Das ist Pokal. Ein Spiel, das die Gladbacher sicher in der Tasche zu haben schienen, wird innerhalb von fünf Minuten so umgedreht. Ein Spiel, das die Dienste. ult. Ja, das ist ein Spiel. Das war's. Ja, das war's. Schöne Einstellung, da haben wir Winfried Schäfer, der das auch nicht fassen kann. Und Frunze. Jetzt lässt vielleicht auch ein bisschen die Konzentration, die Kondition nach. Das Spiel ist härter geworden. Matthäus, im Moment letzter Mann. Brunze mit in den Angriff gewechselt. Jetzt müssen es die Gladbacher bald mit der Brechstange machen. Frunze hat im Moment etwas Schwierigkeiten. Der junge Verteidiger, der ein großes Spiel gemacht hat. Das Spiel ist hier. Freistoß für Gladbach. Eine Boulevardzeitung hat nach den letzten glücklichen Erfolgen in den letzten Sekunden von Borussia Glücksbach gesprochen. Und dieses Glück bräuchte die Borussia, wenn dieser 3 zu 4 Rückstand nochmal umgedreht werden soll. Bruns, alle Feldspieler in der Hälfte der Bremer, klar. Aber da werden jetzt auch die Räume enger. Kaum noch durchkommen für die Borussia. Bruns, mit den Doppelpässen ist das jetzt nicht mehr so einfach. Mill gegen Siegmann. Eines der härtesten Duelle in diesem Spiel. Freistoß. Das sollte der Mill lassen. Denn da hat Johnny Otten den Ball nochmal in den Rücken warf. Noch zweieinhalb Minuten regulärer Spielzeit. Kriens Kopfball. Ein langer Mann. 1,85. 1,85. Ja, anstatt so lange zu dirigieren, hätte Bruns den Ball eh abspielen sollen. Aber wohin? Bremer spielen das jetzt sehr geschickt. Borowska. Balser. Kronze. Otto Rehagel, so kennt man ihn, hält es nicht mehr auf der Bank. Aber, dass man bei so einem Spiel nicht mehr ruhig sitzen bleiben kann, das müsste er eigentlich selbst der strengste Fußballfunktionär verstehen. 4 zu 3 führt Werder Bremen. Wir gehen in die letzte Minute der regulären Spielzeit. Die Bremer decken sehr genau, deswegen ist es so schwer den freien Mann zu finden. Ja, der Trommler ist auch etwas ruhiger geworden. Die Bank der Bremer und Dieter Bodensky. So, liebe Zuschauer, in diesem Moment sind 90 Minuten vorbei. Aber wegen dieses Zwischenfalls beim Werfen der Rauchbombe wird bestimmt vier Minuten nachgespielt. Da fragt irgendeiner, wer das Tor von Bremen gemacht hat. Die haben vier Stück gemacht. Korowka! Es war eine Stimme, die über irgendeines der Außenmikrofone möglicherweise auch an Ihr Ohr kam, liebe Zuschauer. 4 zu 3 steht es für den SV Werder. Und wenn ich jetzt Schiedsrichter Hondheim richtig gedeutet habe, dann hat er signalisiert, noch fünf Minuten. Aber nehmen Sie mich nicht beim Wort. Wir sind in der 91. Minute. Und das ist die Zeit, in der die Gladbacher noch zu Torerfolgen kamen in den letzten Bundesligaspielen. Ball war aus, Ball war aus. Sonst hätte es für Sude brenzlig werden können. So, noch knapp vier Minuten schätze ich. Freistoß für Werder nach diesem Foul an Uwe Reinders. Der das Wichtige, das siebte Tor in diesem Spiel gemacht hat, zum 3 zu 4 in der 81. Minute. Am Ball steht Meier, der schießt auch. Dramatische Jobs Dramatische Musik Gcomp, die es aufm provieren. Eine Frau Mode gemacht hat, sehr wohl Nachweise, die sich so zu knazieren. Dramatische Vorhungen Owners Jupp Heynckes, Ernst, um nicht zu sagen sauer, er ist im fünften Jahr jetzt Trainer am Bökelberg und stand in diesem Jahr vor ganz großen Erfolgen. Das Pokalfinale am 31. Mai schien fast schon erreicht in der 76. Minute und jetzt liegt seine Mannschaft zurück und hat vielleicht noch anderthalb Minuten. Matthäus und Tor! Hannes! Aber, meine Damen und Herren, der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Hier sehen Sie es nochmal. Abseits kann es nicht gewesen sein. Jedenfalls, Matthäus sehr erregt, wird diesem Treffer die Anerkennung verweigert. Es steht 4 zu 3 für Werder Bremen. Matthäus möglicherweise hier am Rande des Platzverweises. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum dieser Treffer nicht gegeben wurde. Ich habe keine Abseitsposition und auch sonst keine Regelwidrigkeit erkannt. Bruns, nochmal Hannes. Matthäus! Mill hat nicht den Mut zum Direktschuss. Und Fichtel rettet zum 10. Eckball für Mönchengladbach. Was ist das für ein Spiel? Eckballverhältnis 10 zu 1 für die Borussia. Nach Toren führt Werder mit 4 zu 3. Und es sind vielleicht noch 30 Sekunden in der Nachspielzeit. Wir sind in der 95. Minute. Kriens! So, meine Damen und Herren, jetzt stehe ich auch mal auf. Das ist ja nicht zu glauben. Was ist mit dieser Gladbacher Borussia los? Der Auswechselspieler Kriens bezwingt buchstäblich in letzter Sekunde der regulären Spielzeit. Dieter Bodrensky. Hier sieht man, wie sich Kriens freut. Ein sagenhaftes Pokalspiel. Freude auf der einen, Freude auf der anderen Seite. Ich glaube, Schiedsrichter Hontham wird jetzt jede Sekunde abpfeifen. Und dann haben wir Verlängerung. Ja, das ist der Pfiff, den sie nicht gehört, aber gesehen haben. 4 zu 4. Rudi Völler schüttelt den Kopf. Michael Fronzig. Ja, jetzt. Die Bilder kennen Sie aus vielen Pokalschlachten. Jetzt werden die Beine noch mal gelockert. Hier bei Uwe Rahn. Ein paar Minuten für die Pflege der Spieler und dann geht es in die Verlängerung. Sie kennen den Modus, liebe Zuschauer. Zweimal 15 Minuten Verlängerung. Ein Elfmeterschießen gibt es heute noch nicht. Steht es nach weiteren zweimal 15 Minuten immer noch unentschieden. Wie auch immer, wer will das jetzt schon sagen, beim Spielstand von 4 zu 4. Dann wird das Spiel in Bremen wiederholt. Der Eismann hat Hochkonjunktur. Sicher werden Sie dieses aufregende Spiel auch einen Moment diskutieren wollen. Hier die Bremer mit Sittka. Sehr fleißig gearbeitet hat. Siegmann, der Bewacher von Mill. Borowka mit der 13. Das Schiedsrichter gespannen, das hier gute Arbeit geleistet hat. Ja, vielleicht hören wir was. Von der Taktik her jetzt. Das ist natürlich so, die Spieler sind erschöpft. Das sieht man auf beiden Seiten. Und deswegen noch auf jeder Seite vier Treffer. Das waren alles Konzentrationsfeder. Und wir haben eine lange Saison hinter uns. Und das merkt man bei beiden Mannschaften. Sie haben viel Arbeit, danke. Ja, ich habe hier nochmal den Rudi Völler. Das ist wahrscheinlich schlimmer, bei einem solchen Spiel auf der Bank zu sitzen, als mitzuspielen. Ja, das ist also von der Dramatik her kaum noch zu überbieten, so ein Spiel. Wir haben ja praktisch das Spiel schon verloren gehabt nach dem 3-1. Dann haben wir in 10 Minuten drei Tore gemacht. Und dann sahen aus wie die Sicherungssieger. Und dann kriegen wir so ein blödes Tor rein. Ich habe gerade von den Gladbachern noch gehört, ich konnte nicht ganz verstehen, wer es war. Ich glaube, der Jupp Heynckes, der Trainer, sprach von Konzentrationsfeder in seiner Mannschaft. Woran lag es denn bei den Gegentoren gegen die Bremer? Ja, das wird im Prinzip genauso gewesen sein. Man sieht ja nicht, es ist natürlich äußerst unglücklich, wenn wir kurz vor Schluss dann noch so ein Tor reinkriegen. Das ist ganz klar.